Musik Wer nicht unbedingt aus dem Haus muss, der ist auch morgen wieder fein heraus. Die anderen sollten bis zum Nachmittag den Regenschirm bereit halten. Musik Der Mittwoch startet bei 12 Grad am Morgen mit leichtem Dauerregen. Gegen Mittag werden die Wolken etwas weniger. Bei rund 17 Grad hält der Regen aber zumeist an. Erst gegen Spätnachmittag stoppen die nassen Fluten. Der Abend bringt bei nur noch leichter Bewölkung den Tageshöchstwert von 19 Grad. Der Donnerstag präsentiert sich dann bei 23 Grad mit etwas Wind und Regen und erst gegen Abend wieder deutlich freundlicher. Wettertechnisch noch besser sieht es dann am Freitag aus. Der Morgen leicht bewölkt, ab Mittag Sonne pur. Auch der Samstag bleibt bei 21 Grad überwiegend sonnig. Musik Untertitelung des ZDF für funk, 2017